370 Leute versuchen gerade ein Spiel über Roboter zu entwickeln. Oder obwohl ihr für die Clash of Games noch über 3 Tage Zeit habt, gibt es schon die ersten Spiele. Zum Beispiel Roboter Adventure, in dem du mit dem kleinen Roboter über Stachel springen musst, Gegner besiegen, äh, naja, gegen Gegner fahren und Springbretter nutzen musst. Es gibt sogar mehrere Welten. Robot Runner dagegen ist eine Art Geometry Dash, in dem du mit Sprüngen verschiedenen Hindernissen ausweichst. Besonders cool finde ich hier die zufällig generierte Welt. Und in Scissor-Storm-Paper spielst du Schere, Stein, Papier. Wow. Also abgesehen vom Thumbnail hat das nicht wirklich was mit dem Roboter zu tun. Ich fürchte, der wird wohl desqualifiziert.